Obis auf! Sehfestung, Hawkins, Ärmelkanal! Das ging aber schnell. Mit die Hälfte meine ich nicht alle. Okay, Datenzugriffspunkte befinden sich in den oberen Etagen der Einrichtung. Sind hauptsächlich Apartments. Ihr findet schon, was ihr sucht. Verstanden. Irgendwelche Ausweichrouten? Sieht aus, als käme man an der Seite der Anlage hoch. Wenn ihr das schafft, von mir aus. Viel Glück! Also, willkommen zu Splinter Cell Blacklist im Koop, im Duo mit mir wieder, mein lieber Freund Steven. Hallo, der hier so rumhängt. Einsatzziele waren gerade auch oben links angezeigt. Wir haben es nämlich gerade eben schon mal kurz probiert, wegen Soundproblemen oder Tests. Also, man soll sich nicht erwischen lassen von den Wachen. Und diese vier Stellen A, B und C sollen wir ausschalten. Komm, wir gehen mal einfach mal jetzt hier lang. Wir tun jetzt gar nicht mehr beachten. Wir gehen mal hier rundherum. Vielleicht, wenn wir jemanden ausschalten können, der uns mal am Wege steht, müssen wir das natürlich tun. So, jetzt ist die Frage. Kommen wir denn auch da rüber? Kommen wir da rüber? Ne, wir kommen hier nicht rüber. Wir können jetzt hier hoch. Oh Gott, der kam ja dann umgekehrt hoch, oder? Ich gehe einfach mal hier weiter. Komm mal. Hier kommen wir rein. Na dann, möchten wir da reingehen. Ich gehe mal hier hoch. Ja, ich mache mal zu, ne? Nicht, dass die hier reingehen. Ja, mach mal zu. Wenn es zugeht. Wir müssen vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier vielleicht irgendwo Kameras sind. Das ist so blöd. Äh, okay, das ist schon mal voll doof. Ah, jetzt. Okay. So, und A ist, oh, A ist noch 14 Meter entfernt. Hier rechts durch die Tür. Wee! Ich kriege ich dir in den Hinterteil. Uhuhu. Okay. Wieso kann ich eigentlich nicht aufs Licht schießen? Das ging da sonst auch immer. Jetzt hängst du hier davor. Na, manche Lichter kann man nicht schießen. Das war bei dem anderen Teil auch schon so. Ach, ne. Oh, von oben konnte ich sie nicht schießen. Das ist ja auch der Ofi macht, oder? Ja. Ich tue mal hier da drunter schauen. Was ist das? Hier ist einer drinnen. Wie komme ich hier wieder raus? Da runter schauen? Ich glaube mit Kuh. Wo bist du? Sag doch was. Hier. Oh, hier ist ein Hund. Was? Hier ist ein Hund. Hier. Du kannst doch irgendwo. Was gibt es hier noch? Ich höre den sogar. Ach nee, das ist alt. Hier markieren. Das ist er wohl, oder was? Das ist er wohl. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Da kommt jeder. Was? Wo, wo, wo? Oh Gott. Scheiße. Sie haben den Alarm ausgelöst. Ich muss diese Million leider beenden. Was machst du? Na, du wurdest entdeckt. Ich wurde gar nicht entdeckt. Da steht doch unten. Steibenfahne. Pass auf, das war nämlich so. Der Hund hat an der Tür gerochen, dass du da bist. Und hat gebellt. Und aus der anderen Tür kam einer raus. Ah. Das ist echt schwierig gemacht. Das ist voll schwer. Äh, voll schwer. Wir könnten auch die beiden einfach jetzt mal hier unten erschießen. Bleib mal hier. Warte, 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 warte. Ich nehme den links. Oh. Der hat sich gerade bewegt. Warte mal, können wir mit dir eigentlich irgendwas machen? Nee. Ich kann hier drüber klettern. Na hier, guck mal. Wie heißt das jetzt immer? Ach hier, eh. Drück mal eh. Das ist ja cool. Es gab es noch welche in dem anderen Teil. Nee, war? Pass auf, die schmeißen wir jetzt einfach mal hier runter. Ins Wasser? Ich weiß nicht, ob das geht. Ja. Ja, das geht. Ich schmeiß dich jetzt hier runter. Ist mir egal, wo ich dich hier runterschmeiße. Ja, ist egal. Absetzen. Cool. Tschüss. Können wir die Waffe hier auch aufheben? Ey, ist ja cool. Waffe? Achso. Ach, die macht ja voll Lärm. Hallo? Ah, jetzt habe ich noch eine andere. Cool. Komm. Also wollen wir noch mal hier reingehen bei A, ja? Ja, klar. Warte mal, hier machen wir das Ohrlicht aus. Vielleicht kam der Ohr, weil du zu laut gemacht hast. Ich habe oben am Rohr gehangen. Du hast die Lichter ausgeschalten vorher. Ja, das war da aber schon eine Stunde her, Mann. Ja, nein. Ja, nein. Ich mache ja trotzdem die Tür zu, ja? Ja. Pass auf, wenn dir... Ach Gott. Pass auf. Ja, genau. Innerhalb bleibt unten. Pass auf, wir machen das so. Warte mal, ich... Achso, gehst du? Okay. Geh du zum Hund, ich erhege den dann hier, wenn der rauskommt. Wieso denn zum Hund? Ich will nicht zum Hund. Ich gehe zum Hund. Na, du musst dann aber gleich hochkommen, wenn er dich riecht. Ich sehe noch nicht mal einen Hund. Da ist er! Wenn er bellt, sofort hochkommen. Ja, ja. Ich kann auch mit Z irgendwas machen. Aber Z... Okay, er bellt. Los, komm hoch, hoch. Ich komme. Da komm, muss ich bestimmt irgendwas drücken. Ich will jetzt bloß noch nicht was. Na, auf den Kopf schießen. Ja, jetzt hängen wir hier so rum. Schöne Flagge. Schöne Flagge. Ich gehe nochmal gucken, oder wie? Wir müssen die Typen mal markieren. Zum Beispiel den Typen, der hier drin ist. Oh Gott, ist das riskant. Siehst du den? Da sind zwei. Naja, da sind vielleicht zwei. Ich weiß es doch nicht. Ich habe nur einen gesehen. Na, ich mockiere mal. Warte, Moment. Acht. Eins. Ist der andere? Hä? Scheiße. Das ist doch gerade weg. Oh, hallo. Mach hier das denn mal. Ah. Oh Gott. Ich habe irgendwas gemacht. Okay. Ich habe ein Haft und Geräusch mit da irgendwo hingekangen. Kommt hier einer? Vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen Radau machen. Ich weiß das ja auch nicht. Hä? So? Oh Gott. Schieß ihn! Der Alarm wurde ausgelöst. Oh, wir wurden entdeckt schon wieder. Noi wurde von der Erre. Ja, der Tolle. Warte mal, lass uns das mal woanders noch vielleicht probieren. Na, gab es da ein B-Ziel, ne? Na, drei Ziele. A, B und C. Achso. Na, und? Warte, lass uns mal wieder hier runter gehen. Und lass uns die erst mal wieder erschießen. Aber erst wenn die beiden hier quatschen. Und diesmal mache ich links und du rechts. Aber warte erst mal noch. Ich glaube, das ist so jedes Mal anders, oder? Haben die nicht vorhin schon alle wieder hier gestanden? Wie hast du die jetzt markiert? Konnte man nicht auch gleich... Mit Alt. Mit Alt kannst du die markieren. Ach, hier. Aha. Und konnte man nicht auch damals irgendwie mit einen Schuss kleinen Kopf schießen? Automatisch hier mit diesen... Ja, das kam auch erst später im Spiel dann. Warum rennen die hier alle wieder rum? Na, wie bist du auch nicht? Bleib hier! Wo los, weiter rüber! Wo sind die anderen? Rüber, rüber, rüber! Oh gut. Oh gut. Rüber! RÜBER! Wo machst du den anderen nicht mal markiert? Da, bitteschön. Du hast das schon markiert. Jetzt ja. Bleib doch unten! Bist du verrückt? Bleib hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Der liegt jetzt hier. Na, geh hoch zu dem anderen. Hier. Geh, das macht. Oh Gott. Geh doch runter! Wieso geht mein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat mich fast gesehen. Jetzt kannst du da irgendwie erschießen oder wie... Hä? Ausschalten, strong. Aha, gut. Aha. Okay. Gut. So. Horn hat erst mal erledigt. Ja. Jetzt geh mal... Komm, wir gehen mal woanders lang. Wir gehen mal hier runter. Wo geht's denn hier noch hin? Hier oben ein Fenster. Komm, wir... Na ran? Nee. Mäze, das klappt. Achso. Und dann runter oder was? Aber du hast ja drauf. Alter, hä? Runterhangeln. Oi. Und du? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier bist du. Ich muss ja versuchen hier, Kerl. Ah, hier ist ein Fenster. Siehste? Ich wusste es doch. Ich weiß bloß nicht, ob hier jemand drinnen ist oder nicht. Na, du dann mal jemanden... Du weißt schon... Hier ist einer. Warte, markieren. Hier ist auch ein Fenster. Das ist aber zu. Hier ist einer. Das ist noch einer, ja. Das ist ein bisschen mehr, aber... Aber ich kann das schon machen. Ich kann den nicht... Ich kann den nicht... Äh, dingsen. Dingsen, weißt du? Hm. Hier ist eine Regenrinne. Da kann ich glaube ich nach oben. Hier hinten ist auch noch ein Fenster. Oh Gott. Erkundung. Warte, ich komme mal zu dir lieber. Bricks ist da hinten. Ich kann nicht so ein bisschen reingucken. Ich sehe ein Klavier. Aha, da ist er. Oh Gott, hier ist ein anderer. Scheiße, ich glaube, der guckt am Fenster. Wie kann ich hier? Fuck. Was hast du denn gemacht? Derjenige kam mal ins Fenster, der hätte mich jetzt gesehen. Na, der hättest du da rausgezogen? Der sieht dich nicht gleich. Der wollte ich auch. Der hat ja nicht rausgezogen. Der sind irgendwie am Fenster K.O. geschlagen. Ich weiß auch nicht, was noch... Also da stand eh, da stand noch mehr da. Los, wieder runter hier. Ja, bloß mal schnell so. Blub, blub, blub. Der Anfang wäre ja nur schon sehr gut. Ja, hier machen wir jetzt kalt ja. Das ist der andere. Oh Gott. Da. Was war, äh, tötest du den? Ich versuch's dann, ja. Naja. Na, oder? Ich lass ihn erst mehr herkommen oder so. Tötest du den anderen? Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind sie alle wieder auf einem Fleck. Okay. Jetzt geht der andere wieder hoch. Ich nehm den ohne Mütze, ja? Ja. Soll ich? Oh Gott. Hä? Hä, das sah bei mir aber jetzt komisch aus, wie du den jetzt rausgeholt hast. Na gut. Hier, komm her. So, tu da wieder hin. Die dürfen wir uns nicht sehen. Also nehme ich die andere Waffe, lege ich auch nicht mit. Oh, okay. Damit lernt er es ganz rüberwerfen. So, da gehen wir hier wieder hoch, oder was? Ja, probier's nochmal, ja. So schlecht haben wir uns ja nicht angestellt. Nee, 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 nee. Du, 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 du. Wo geht er? Also, warum geht er denn? Du bist da vorne. Ja, ja, der ist eigentlich weitergegangen, der, der, der Nu. Ah. Ist hier drüben noch ein Fenster gewesen? Ja. Ich markiere schon mal den Ehen. Wollen wir nicht erst mal Ehenz machen? Ja, okay. Ja, wir haben A schon probiert. Das hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir B versucht. Ja, wir müssen aber alle drei ja machen. Ja, wir machen wir das denn? Also Ehenz ist jetzt klar am Fenster. Wie soll es sehen? Naja, der tut da nix. Der sieht uns da nicht. Der muss aber zurück und zu uns stehen. Das wäre am besten. Aber ich wollte noch kurz lesen, was da unten steht. Ziel markieren habe ich hier. Keine Ausschlagen. Ja, jetzt stand irgendwas da. Das dauert auch zu lange. Na gut, da gehen wir halt doch mal hoch. Okay. Ich würde sagen, wir stellen uns gerade erst. Ja, na, hallo, hallo, hallo. Da war ein Konwicklung. Das ist halt vielleicht doch eine schwere Karte, wirst du? Das geht hoch. So. Wie konntest man sich eigentlich denn mal hier an die Mauer so dran lehnen? Das ging doch auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier hoch. Wir haben aber zum Beispiel das Problem ist eine Kamera. Und ich habe gerade sowas wie einen Laser gesehen. Ja, da oben steht ein Sniper, würde ich sagen. Das ist eine Kamera. Oh Gott, oh Gott, halt zurück. Oh Gott, das war knapp. Steven, wie lang? Da oben, ja. Da oben ist ein Laser. Da oben ist einer. Scharfschützer. Der Lichtkegel von der Kamera ist manchmal nicht da. Mal gucken, wo der auf... Achso, dahinter könnte man eigentlich lang. Mensch, ich will hier runter und du stehst die ganze Zeit runter. Ach, Alter, das ist scheiße, Schwule. Oh, Knack und Back. So kann man es nicht hier auch. So, ich bin hier. Also, ich bin da. Ähm. Oh Gott, Steven bleibt lieber da. Nee, warte, warte. Oh, hier oben ist er noch. Hast du gehört? Ja, ja. Oh Gott. Oh, das war knapp. Oh Gott. Was machst du? Oh, ich tue was hacken hier. Irgendwas. C, ich bin bei C. Wo bist du eigentlich? Ich bin immer noch hier erfunden. Ich hab's nicht erledigt. Äh, jetzt bleibt uns nur noch B und A. Echt jetzt? Ja, wir haben... Also, irgendwas habe ich schon geschafft. Oder wir, oder wie auch immer. Na dann... Gehen wir wieder runter, oder wie? Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Oder können wir von da auch irgendwie rein? Warte mal, hier. Ich bin hier, warte mal. Was? Wieso kann ich hier nicht weg? Ach doch, hier. Schalten wir die anderen dort erstmal aus. Ach, jetzt bin ich hier wieder unten. Warte mal. Ich geh wieder hier hoch. Oh Gott, hier ist ja einer. Können wir dieses Licht da oben nicht ausschalten? Das ist der, 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 der Leuchtturm. Den kann man nicht ausschalten. Den hab ich ja grad gehackt. Stimmt. Warte mal, hier. Ich tu mal hier noch in... Kein Ziel. Ey, hier ist alles voll. Oh mein Gott. Ich glaube, die haben uns ein bisschen gemerkt. Wieso kann ich denn hier nicht... Das Ziel markieren. Kein Ziel, Reichweite. Pass mal auf. Was machst du? Oh Gott, der kommt. Wer ist denn rum? Da unten kommt einer. Markier sie doch mal. Du hast doch den schon markiert. Achso. Komm mal hier hoch, da können wir mal kurz hier Schluss machen. Was machst du denn? Ich hing hier rum. So. Oh, du kannst... Mit Kuh kannst du dich übrigens anlehnen. Ach, mit Kuh? Hab ich gerade herausgefunden. Ah, dann war das also mit Kuh gewesen. So, na gut, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Lass euch gut gehen. Haut rein. Jo, tschüss. Tschüss.